moin sind und willkommen zu rock league und ich habe es auch endlich mal daran gedacht mal controller einzublenden und gott wie bad halt mir nicht weil ich habe das bisher ziemlich immer vergessen ich habe das tue also das ups er doch schon ewig lange ich habe es einfach mal vergessen das zu aktivieren und jetzt geht hier oben rechts glaube ich meinen controller das ist doch echt nice oder nicht also ich finde es richtig cool dass das ich sowas auch nicht mehr machen kann so bitte gib mir die boots danke gott lol geht ein weiskalt nicht weil ich überhaupt nicht richtig was zur beschossen habe das war jetzt kein richtiger 50 50 wie es eigentlich haben wollte ich würde auch mal interessieren weil was wenn ich jetzt nicht mehr den controller quasi bewege ich meine das hat in der aufnahme das wäre echt irgendwie witzig alter falter das ist auch die drei an 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 So, an dem Fall lade ich mir auch wieder Overwatch runter, weil dieser neue Charakter rauskommt, ich weiß gar nicht wie der heißt jetzt Ich kann mir den Namen noch nicht so merken, ich habe den bis jetzt nur ein Video dazu angeschaut, aber ich finde den echt cool Ja, weil diese Stealth-Mechanik, die mag ich einfach Vor allem wird der für mich vielleicht auch recht cool zu spielen sein, weil ich kenne halt, dass man sich halt so unsicher machen kann und so Ja, also teleportieren jetzt nicht, aber das unsicher mache, kenne ich halt schon aus Plan Z2 Ja, da habe ich ja auch sehr oft den Infotrator gespielt Oder spiele ihn eigentlich immer noch recht häufig, wenn ich Plan Z2 spiele Und deswegen ist das wahrscheinlich mein neuer Main Ja, aufgrund dessen, dass ich halt diese Mechanik schon kenne, dass man sich unsicher machen kann Wenn er sich hinter die Gegner schleicht und er kann ja auch Zeug hacken, das man ja in Plan Z2 auch machen kann mit dem Infotrator Ja, dafür ist er ja da, dass du quasi hinter die ähm Feindlichen Linien meistens sogar in ihre Base eindringst und Dann zum Beispiel die ganzen Fahrzeugabwehrgeschütze und so hackst und dann quasi mit ihren eigenen Waffen ihre Panzer bekämpfst Das ist der Sinn meiner Meinung nach auch mit der Sinne von Interfett Inbuilt Traitor in Plan Z2 So Ja, und wer Plan Z2 von euch noch nie gespielt hat, der soll das unbedingt mal tun Das ist ein richtig cooler Shooter Und wer denkt, dass Plan Z2 mittlerweile so alt ist, dass es überhaupt kein Mensch mehr spielt, das stimmt nicht Es spielt immer noch genügend Leute Es gibt immer noch diese Massenschlachten, ja Zwar nicht immer so jeder Tageszeit Intensiv, äh, gleich intensiv Am Abend ist es natürlich mehr als am Nachmittag oder in der Früh Ja, oder nachts Also Kommt natürlich auch mal drauf an, auf welchen Server jetzt zockt Wenn ihr auch natürlich auf den europäischen Server zockt Dann ist das halt Ich sag mal für unsere Zeiten angemessener Ja, als wir wären auf dem australischen oder so Obwohl auf dem australischen ist es auch nicht so schlecht Weil ja jetzt dann quasi bei denen Nacht ist, wenn bei uns Tag ist Und in der Nacht haben halt viele Leute Zeiten zocken dann Oder so, keine Ahnung Ja, also das Kann ich mir eigentlich auch richtig gut vorstellen Aber ihr müsst halt damit leben, dass ihr ein kleiner, ähm, das Ups Dass ihr dann nicht so einen guten Ping habt Ja, also ich Bevorzuge den europäischen Server, weil da einfach mein Ping optimal ist Kommt natürlich auch mal wieder drauf an, wo ihr wohnt, wo ihr in der Stadt oder wohnt ihr auf dem Dorf Ich wohne auf dem Dorf Und deswegen ist ja der Ping halt dann Vielleicht nicht so ganz prickelnd Ja, auch auf dem europäischen Server ist das nicht immer der beste Ping Naja, ist halt auf dem Dorf nochmal so Da sind die Internetleitungen nicht so Alter, krass, es schneit Holy shit Das erste Mal in diesem Jahr, dass es schneit What the fuck Und ich hasse Schnee Ich hasse Schnee und es schneit Ich hasse Ups Ich hasse deswegen Schnee Weil ich es einfach nicht mag Da Ups Ups Ja, weil Es ist einfach Erstens kalt Ja, wenn du dann irgendwie raus musst Okay, wenn du in die Schule gehst oder sowas Es ist immer kalt Wenn man auf dem Bus wartet Ja, es ist nass Es fühlt sich einfach nicht toll an, wenn man dann da draußen ist Es ist einfach so Winter ist eklig Ich hasse Winter Und leider ist bei uns der Ups Winter länger als der Sommer Zumindest kommt es bei mir so vor Ja Ja Ist wohl auch wohl so, ja Ich mein, bei uns kann im Februar mehr als immer noch Schnee liegen Ups, bin ja auf Uhhh 800, 900 Höhenmeter hier Gott, lol Gott, wow Haha Ich sollte mich gleich konzentrieren Oh, Gott, lol Wow Boom Wow Wow Das kommt davon, wenn man redet und spielt So Oh, Gott, Leute hat den Der Roadtruck X Das wird mir jetzt erst auf So Und da sind wir jetzt auch direkt im zweiten Match mit den gleichen Leuten Ich muss einfach noch ready klicken oder los Ah, lol Das weiß nämlich, war keiner geliebt Und mein Team hat irgendwie keinen Bock irgendwie auf den Ball zu fahren Ich bin gut an, aber ich war ja letztendlich besser so mit meinem Eigentor, ne Also ich werde hier gar keinem schulden Falls es jetzt irgendjemand denkt Ja, ist ja, ist ja ein normal Game, da kann man ja eigentlich machen, was man will So Ja Also, wer ist das Ranked? Wäre ich wahrscheinlich nach meinem Eigentor, äh, übel ausgerastet, wäre getiltet und hätte sich mit Rocket League gespielt Aber da das ja ein normal Game ist, kann es mir so relativ egal sein Und normal Games sind ja dafür da Safe Oh, ich mag das nicht, ey, das hätten die echt rauslassen können Also das in Neo Tokio, dieser komische Sprecher da ist, ey, wie im Fernsehen Weiß ich nicht Wir sind hier nicht in der Bundesliga Ja, da muss man nicht alles kommentieren Wollen wir mal ganz klar sagen Und, Alter, der sieht aus wie Echo Der Genkel 13 Das ist doch Echo Ich weiß es ganz genau Das ist Echo 100 Pro Echo Echo, das ist Echo, ich weiß es Und der... der Ken Jam 64 komme vor wie Rhino Ah, der sieht einfach aus wie Rhino Night Echo und Rhino Ja, das ist doch mal was So Uh Uh Boah, sicker Hit Also der Touch von mir, der war gerade richtig, weißt du, da kann er drin, der wäre ja rein, also ohne Pro Also wäre halt wirklich Oh man, ist halt nicht mal Ironie hier Das ist glaube ich sogar das Tower-Regel jetzt gerade daran Das hat nicht mal Ironie So Aha, dieser Rotog, ich will den auch Ich spiele zwar nie, ups, Rotog Weil trotzdem, ich finde Rotog XL einfach nur richtig cool Oh Oh Save Oh my goodness Das war Richtig nice Great pass Great pass Also Nice Place of the week coming soon, Leute Ja, wisst ihr Bescheid Da kommt das mit rein, ja Ups Ja, aber ich möchte, das ist ein bisschen auch weniger, weil ich möchte dieses Video ein bisschen auch weniger schneiden, so Ich möchte halt, dass es cool aussieht Aber Das kommt wieder so Das kann ja jeder, da sind ja gar keine Place Habe ich alles schon gehabt Ja, habe ich es alle schon gehabt Ups Ja, es gibt nämlich Leute, die können das nicht So sieht es aus Und ich bin jetzt hier auch nicht, wie es da ist gelernt Ich bin kein Grand Champion Ich mache es aber, weil es Bock macht Das zu schneiden Und das zu erstellen Und darauf kommt es doch wohl an Dass es Bock Macht Ja Deswegen mache ich doch YouTube Ich mache es nicht irgendwie, weil Weil ich mir so denke Oh, ich bin der Hyperpro, wenn ich das mache Ich bin einfach der Geiste Sondern das macht mir einfach nur Spaß Und zwar Ja Selbst wenn meine Abo-Zahl auf 0 dropen würde Würde ich immer noch YouTube machen Weil die Abo-Zahl ist mir scheißegal Mal ganz ehrlich sagen, ja Und der Echo, der Alter, der blickt drauf Das war einfach mal mega the fail Aber das war cool Alter Danke Das der ist mit drauf Das war irgendwie unnötig War jetzt ja nicht gesehen Aber ist egal Wir werden schon noch Schaffen hier Zu gewinnen Nice Sick Ja, das war doch ein schönes Play Ja, also er hat übelst gut gepasst Und Nice Oh lol Der Echo ist geläftet Was ist das denn für ein Junge? Wieso lieft hätten der Wenn ich nur wüsste, was für eine Sprache das jetzt ist Ich vergesse das immer Wurde schon 10.000 Mal gesagt, was für eine Sprache ist Ich vergesse das immer Ich glaube Ne, was dabei ist Ich weiß es nicht Ich weiß nicht wo Ich weiß ja nicht mal wo Tokio liegt Deswegen Ich weiß nur, dass Tokio existiert Und da weiß ich nicht über Tokio Nice Nice Das war doch mal ein richtig schönes Game Alter, der Router Oh, der ist so geil Oh Ich war ja nicht, was für eine Sprache ist Oder ich kann mich Vielen Dank.